Hey und willkommen zurück. Mein Name ist Andrea und ich bin Technology Evangelist im Amazon Alexa Team. Bislang haben wir mit Geräten ohne Bildschirm gearbeitet. Wir haben aber auch viele Geräte mit Bildschirm, wie zum Beispiel den Echo Show und Fire TV. Wie fügen wir als Entwickler diesen Geräten visuelle Elemente hinzu? Die Antwort ist die Alexa Presentation Language oder auch APL. Das Thema ist so umfangreich, dass wir es in zwei Videos aufteilen. Im ersten Video sehen wir uns die Grundlagen eines APL-Dokuments an und verwenden es in Intense. In unserem zweiten Video steigen wir tiefer ein. Auf geht's! Machen wir uns gleich an die Arbeit. Bevor wir APL hinzufügen, ein kurzer Kommentar. Konversationen mit Alexa sollten immer über die Stimme erfolgen, also, obwohl wir hier Visuals hinzufügen werden, sollten deine Skills primär mit der Stimme arbeiten. Erkunden wir die APL und arbeiten damit. Als erstes sollten wir in unseren Skill gehen und die APL-Schnittstelle aktivieren. Scrolle nach unten. Wir scrollen zu den Interfaces. Hier findest du die Alexa Presentation Language. Wir werden sie aktivieren. Aktiviere auch den neuen Hub Landscape Small, der mit Echo Show 5 eingeführt wurde. Wir speichern unsere Schnittstellen und lassen unser Model bauen, um sicherzugehen. Und während das gebaut wird, möchte ich dir hier den Display-Reiter zeigen. Hier spielt sich die Arbeit mit APL ab. Klicken wir darauf. Du siehst ein paar Beispiele. Sie stammen von unseren alten Display-Directives. Sie können auch bei Null anfangen oder bereits vorhandenen Code hochladen. Die Beispiele sind ein guter Einstieg. Du lernst so grundlegende Bausteine kennen. Heute fangen wir bei Null an. Und das ist das Authoring Tool. Du wirst feststellen, dass es ziemlich logisch aufgebaut ist. Links haben wir unsere Struktur, in der Mitte haben wir unsere Vorschau und oben siehst du die verschiedenen Gerätetypen, auf die wir umschalten können. Ebenso den Hub Round Small, den Medium Small Hub, den Medium Hub, den Large Hub und den Extra Large TV. Ein benutzerdefiniertes Gerät ist auch möglich. Rechts haben wir Komponenten, die du in deinem APL-Dokument einfügen kannst. Was ist ein APL-Dokument? Schauen wir uns zunächst an, was APL ist. Dafür verwende ich ein Beispiel-Dokument. Und das habe ich hier. Wir werden es auch für unseren Code verwenden. Du siehst alles High Level. Jedes Dokument hat einen Typ. In diesem Fall APL. Die Version wurde kürzlich auf 1.1 erhöht. Derzeit gibt es ein Theme. Importe, zum Beispiel Alexa Styles und Alexa Layouts. Auch benutzerdefinierte Layouts sind möglich. Hier haben wir ein Start-Bildschirm-Layout. Jede Komponente hat und kann Elemente haben, genauso wie jede Subkomponente. Hier haben wir eine Container-Komponente mit einem Bild und Text, die wir hier sehen, nachdem wir die Data Source angesehen haben. Das Tolle an APL ist, dass sie sowohl eine Struktur darstellen kann, aber auch parametriert werden und eine Datenbindung mit einer Datenquelle eingehen kann. Hier im Data-Tab können wir eine Datenquelle einbinden, die ich vorbereitet habe, und sie im Data-Tab ablegen. Du siehst, sie hat unser APL-Dokument ausgefüllt. In diesem Fall haben wir den Titel unseres Skills oben, hier den Haupttext, das Skill-Icon und ein Hint. Und wir sehen, dass die Struktur dieses Dokuments im APL-Abschnitt definiert ist, wo unser Launch-String steht. In diesem Container haben wir unser Bild und unseren Haupttext. Und dann gibt es noch einen zweiten Computer, der unseren Main-Viewport enthält und die Fußzeile, wo unser Hint erscheint. Wir verwenden statt Pixel VW und VH. Das sind die Viewport Width und die Viewport Height. Es gibt verschiedene Arten von Maßeinheiten. Du kannst DP verwenden oder Pixel und Viewport Height und Viewport Width. Das teilt im Grunde den Bildschirm, unabhängig von der Auflösung, in 100 Blöcke. Sagen wir 100 Prozent. Das ist also nur ein APL-Muster-Dokument. Fügen wir es unserem echten Skill hinzu. Verlassen wir das Authoring-Tool und gehen zum Code-Tab. Im Code-Tab erstellen wir einen neuen Ordner, den wir Documents nennen. Und in diesen Dokumentenordner fügen wir unsere APL-Dokumente ein. Wir müssen auch ein paar Dateien aktualisieren. Beginnen wir mit den Localization-Strings, die einige Strings mit Bezug zu unseren spezifischen APL-Dokumenten haben. Wir aktualisieren sie und erstellen eine neue Handler-Datei. Also klicken wir hier auf Handlers.js. Erstelle diese Datei, damit du die Index.js-Datei aufräumen kannst. Wir werden sehen, dass wir sie am Ende exportieren und unsere brandneue Index.js-Datei wird sie enthalten. Auch eine neue Konstante aktualisieren wir. In diesem Fall liest diese Konstante unsere Launch-Screen.json, die wir in den Dokumentenordner packen. In unserem Dokumentenordner möchten wir alle APL-Dokumente haben. Hier ist die neue, saubere und kurze Index.js. Wir haben auch eine aktualisierte Utility-Funktion, die ich gleich erkläre. In diesem Fall verfügt sie über eine APL-Helper-Funktion. So kannst du in deinem Code immer überprüfen, ob die eingehende Anfrage das APL-Interface unterstützt. Du solltest kein APL-Dokument zurücksenden, wenn das Gerät dies nicht unterstützt. Überprüfe daher immer, ob das Gerät, das deinen Skill anfordert, auch die APL unterstützt. Wir haben unsere Index-Datei aktualisiert, haben Daten verschoben und einen neuen Ordner erstellt. Jetzt packen wir das Dokument in unseren Ordner und speichern den Rest all dieser Daten. Erstellen wir also eine neue Datei namens LaunchScreen.json. Das ist genau die Datei aus der Vorschau in unserem APL-Authoring-Tool. Speichern wir ab und deployen alles. Währenddessen müssen wir etwas anderes machen. Im Authoring-Tool hast du die Bilder gesehen. Wenn du Alexa-Hosted-Skills verwendest, haben wir Speicherplatz auf S3 zur Verfügung. Klicken wir also auf Media Storage und laden alle Bilder hoch, die wir verwenden werden. Ich zeige dir, wie wir sie im Code verwenden. Hier habe ich ein paar Bilder. Während der Verarbeitung sehen wir uns den Code an. Also, in unseren Handlern spielt sich die meiste Action ab. Nehmen wir zum Beispiel unseren Birthday-Intent-Handler und du wirst einen neuen Bereich entdecken, der aktiviert wird, wenn ein Utility die APL unterstützt, das ist unsere neue APL-Support-Funktion. Wir erstellen eine neue Directive vom Typ Alexa-Presentation-APL-Render-Dokument-Version 1.1. Wir fügen das erstellte Dokument in die Datei launch-screen.json unseres Dokuments ein und dann binden wir auch unsere Datenfällen ein. Das ist genau der Data-Source-Typ, den wir mit unserem Authoring-Tool im Data-Source-Tab eingebunden haben. Hier passiert das dynamisch aus unserem Code heraus. Wir haben auch Transformer, mit denen du zum Beispiel Text umwandeln kannst, zu einem Hint oder Text zu SSML, SSML zu Text. Transformer sind nützlich, um wirklich alle Funktionen von APL zu entdecken. Wir machen hier mehrere Dinge. Wir setzen Bedingungen, ob es unser Geburtstag ist oder nicht. Da wir die APL-Directive ändern, ob es unser Geburtstag ist oder nicht, wir testen beides im Test-Tab. Das andere ist util.get-s3-presigned-URL. Warum brauchen wir diese Helper-Funktion? Unser S3-Bucket ist privat. Also, für ein öffentliches Bild, das Alexa auf Geräten verwenden und anzeigen darf, benötigen wir eine Funktion, die S3 sagt, hey, kannst du mir bitte für eine gewisse Zeit ein Bild geben, das öffentlich verfügbar ist? In unserem Fall für eine Minute. Eine andere Sache, die wir im Code eingeführt haben, ist die Standardkarte. Wann immer wir diesen Intent verwenden, bekommen wir eine Standardkarte in unserer Alexa-App oder Homepage. Auch die Auflösung hier ist dynamisch. Also schauen wir uns den Request an und kontrollieren die Auflösung im Request envelope.context. Wir wählen dynamisch das perfekte Bild für die aktuelle Auflösung aus. Wenn du dich erinnerst, in unseren Dateien hatten wir eine Version von jedem Hintergrundbild mit verschiedenen Auflösungen. Wir haben dieselbe Directive auch im Remind Birthday Intent Handler und im Celebrity Birthdays Intent Handler. Also gut, auf geht's, probieren wir es gleich aus. Deployen wir also unsere Änderungen, nur um sicherzustellen, dass sie funktionieren. Und testen sie. Öffne Happy Birthday. Andrea, es gibt 244 Tage, bis du 30 Jahre alt bist. Wenn du die Datei verändern möchtest, probiere zu sagen, registriere meinen Geburtstag. Du kannst auch versuchen, einen Reminder für deinen Geburtstag oder zu checken die Geburtdage. Was würdest du nächsten Mal machen? Mal sehen, wie sich der Bildschirm ändert, wenn wir Geburtstag haben. Also, sagen wir, den 22. August 1990. Ja. Is daambö Bravo Andrea. Du bist 20 Jahre alt. Jetzt noch 29 Jahre alt. Wir sind die то,ados with 05 Jahre zum Beginn. Wir sind die Geburtstag, Suchen wir nach den heutigen Geburtstagen und sehen, wie das aussieht. Alexa, öffne. Happy Birthday. Also, try to set up a reminder for your birthday or check today's birthdays. What would you like to do next? August 23. August. Okay, August 23. But in which year? 1990. That's August 23. 1990. Did I get that right? Ja. Bravo, Andrea, you're now 29 years old. Also, celebrating their birthday today are Robert Marsden, Laurent Lafitte, Vojene Sipkovic, Georgia Cavan and Lenny Riefenstahl. If you want to change the date, try saying, register my birthday. You can also try to set up a reminder for your birthday or check today's birthdays. What would you like to do next? Stop. Natürlich wäre es schön, ein Bild des Schauspielers zu haben oder den Namen oder den Geburtsort. Das Ganze vielleicht als Liste. Das machen wir im nächsten Video. 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 Untertitelung des ZDF, 2020